Hallo und herzlich willkommen zu BMZ Nr. 670 und den Themen LAN-Party, Video-Podcast und Team-Management. Moin Onkelchen, ich habe eine Frage oder hätte gerne deine Meinung erfahren. Wer oder wo ist eigentlich dieser LAN und warum macht er keine Partys mehr? Ich vermisse die Tage, in denen morgens um 4 bei Counter-Strike der Bombenträger lieber geschmeidig vor eine Wand läuft, als die Bombe zu platzieren. Während man sich über das entspannte Atemgeräusch von seinem Nebenmann wundert, nur um festzustellen, dass der Bombenträger eingeschlafen ist. Oder die lauthals kommentierte Suche nach dem Schützen, der alles und jeden wegnatzt, während in der hintersten Ecke des Raumes ein Spieler sitzt und dreckig grinst. Von den wohl überlegten Agitatoren oder dem Entsetzen in den Gesichtern Außenstehender, die unseren Spaß bemerkten und sich nicht sicher waren, ob das ein Bier regelt oder besser doch die Polizei. Naja, die waren nur einmal da. Sie fanden es lustig und gingen wieder. Ihr habt die Polizei bei einer LAN-Party gehabt? Was zur Hölle? Heute ist es so, dass ich mir bei einigen Spielen im Multiplayer wünschen würde, äh, einen Multiplayer wünschen würde. Nicht, dass ich etwas gegen Online-Zocken hätte, doch die persönliche Zusammenkunft mit anderen Spielern und das gemeinsame Interagieren fehlt mir einfach. Bei solchen Partys hat man sich zweimal überlegt, wie man jemandem antwortet. Siege wurden gefeiert und Niederlagen weggesteckt oder das Spiel gewechselt. Wie siehst du das? Sind Offline-Multiplayer ausgestorben und überholt oder spiele ich nur die falschen Spiele? Ähm, was sind deine Erfahrungen mit LAN-Partys, falls vorhanden? Du leistest super Arbeit mit deinen Denkanstößen und Sichtweisen. Danke dafür. Ähm, danke dir. Ich glaube, die sind, vereinfacht gesagt, sind die, ähm, veraltet, ausgestorben und überholt. Das ist, glaube ich, die einfache Antwort. Ähm, die komplexere Antwort ist, dass es vermutlich noch ein paar Leute gibt wie dich, die das vielleicht sogar noch machen. Bei solchen Sachen, bei so Dingen, die niemand tut, melden sich üblicherweise in den Kommentaren dann immer welche und sagen, doch. Also, meine Kumpels und ich, wir machen immer noch, äh, jeden Monat sieben LAN-Partys und so. Aber abgesehen von denen. Ich kann aus meiner Erfahrung berichten, die war sogar noch ein bisschen vor LAN-Partys, denn, denn zu dem Zeitpunkt gab's irgendwie zu Hause das, das, das Konzept irgendwie noch gar nicht. Nee, die erste Art von LAN-Party, die ich hatte, war, ähm, war ein Null-Modem-Kabel, also die Direktverbindung zweier Rechner. Und es gab ganz wenig Spiele, die das unterstützt haben. Wir haben es damals auf dem Amiga gemacht, Commodore Amiga. Und ich glaub, irgendwie zwei der Spieler, an die ich mich erinnere, waren Stunt-Car-Racer und, ähm, Populous. Populous war ein geiles Spiel. Und, ähm, das waren Spiele, wo wir einfach mal wissen wollten, wie es ist, ähm, das gegeneinander spielen zu können. Das war halt noch vor Zeiten des Internet oder sonst irgendwie was. Also, wir hätten gar keine Alternative gehabt, das übers Internet zu spielen. Ähm, die eigentliche heiße Phase, so von LAN-Partys, hab ich selber kaum mitbekommen. Eine Zeit lang, so in den späten 90ern, hab ich quasi nicht gezockt oder ganz, ganz wenig. Ähm, und vor allen Dingen war das die Zeit, wo ich dann von Amiga auf PC umgestiegen bin. Und das hat eine Weile gedauert. Und der PC, den ich hatte, war auch kein PC, mit dem man irgendwie damals hätte zocken können. Da hatte ich keine Kohle für. Da hatte ich vielleicht irgendwie so ein Manager-Spiel drauf oder so und das war's. Und, ähm, dann kam halt für mich die Zeit, wo ich bei Giga gearbeitet habe. Und bei Giga haben wir dann wiederum das eine oder andere Mal quasi LAN-Partys gemacht. Ja. Ähm, ja, wenn man's so will, stimmt. Haben wir eigentlich auch gemacht. Doch, die müsste ich eigentlich mitzählen. Haben wir halt im LAN irgendwie Counter-Strike gespielt. Ähm, ich seh das nur nicht so unbedingt als LAN-Party, weil wir da auch nach außen hin immer gezockt haben. Ich weiß nicht, wie's bei euren LAN-Partys war, ob ihr da eine Verbindung hattet, äh, und einen Server, wo ihr mit eurem LAN nach außen gezockt habt, oder ob ihr nur innerhalb eures eigenen Netzwerkes gezockt habt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, der springende Punkt war aber eigentlich immer, dass es Vorteile gegeben hat, äh, geboten hat, die man sonst nicht haben konnte. Also beim Zocken gegeneinander in einem Netzwerk zum Beispiel, dass alle mit einem niedrigen Ping zocken konnten. Und das war ja über eine lange Zeit beim Gaming, ähm, ein großes Problem. Dass, äh, ganz, ganz viele Spieler halt mit einem Ping von über, über 150, 200 und teilweise noch höher, ähm, Shooter gespielt haben. Und das waren noch die niedrigen Werte, die Werte um die 100 oder 150 oder so. Also die hat man schon beneidet und diejenigen, die unter 100 hatten, waren dann die LPWs, ne, die Loping Bastards. Ähm, und, ähm, das ist heute kaum noch notwendig. Also ein Teil, glaube ich, da bin ich aber in dem Teil dieser, dieser LAN-Szene war ich jetzt nie so vertreten, war halt auch File-Sharing. Dass man halt auf LAN-Partys die Möglichkeit hatte, sehr schnell Daten auszutauschen, was halt mit den damaligen Internetverbindungen überhaupt noch nicht so weit, äh, möglich war oder nicht so leicht möglich war. Ich glaube, das war auch noch ein großer Punkt, der, der bei LAN-Partys der Fall war und das ist alles heute nicht mehr so unbedingt notwendig. Und, ähm, allgemein ist es zudem natürlich auch für manche deutlich spannender, mit Leuten zusammen zu spielen oder gegen Leute zu spielen, die man eben nicht kennt. Und nicht immer gegen irgendwie, äh, die, die drei oder vier Kumpels, die dasselbe Spiel spielen, wo man oft auch das Problem hat, der eine von denen ist viel besser als man selbst, die anderen beiden sind viel schlechter. Und so den Spaßfaktor, dass man spannende Matches hat, den kriegt man dann nicht immer zustande, wenn man zum Beispiel so eins gegen eins gerne spielt oder so. Und, ähm, ja, ich glaube, das hat irgendwie alles dazu geführt, also, a, dass der, der, der Vorteil vom LAN weggefallen ist, weil diese Art von, von, von Verbindungen mittlerweile ohne weiteres auch normal online möglich sind. Und, ähm, das ist einer der Faktoren. Und, ähm, damit verbunden natürlich auch die Bequemlichkeit, dass man keinen Bock hat, irgendwie sich irgendwo zu treffen und seinen gesamten Rechner abzubauen. So, Rechner für mich abbauen ist sowas fast wie Umzug. Das ist nichts, was ich gerne mache. Das alles machen zu müssen, nur um irgendwie, ähm, zusammen zu zocken, dann hat, ich weiß nicht, ob es bei jedem von euch so ist, aber nicht, ähm, 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 nicht bei jedem ist es so, dass er im Laufe seines Lebens immer gleich viel Zeit für Dinge hat oder und aufwenden möchte. Ne, ne, wenn du mit 20 LAN-Partys gemacht hast und bis jetzt 30 oder so, dann wirst du dir vermutlich gut überlegen, ob du nochmal Bock hast, von Freitags-Nachmittags bis Sonntags-Mittags nichts anderes zu machen, als mit denselben Typen im selben Keller zu hängen und dich von Fast-Food, äh, zu ernähren und zu zocken. Ähm, und von daher glaube ich schon, dass das ein Auslaufmodell ist. Wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwen, der sich trifft. Ich kenne allerdings auch noch so große Ladens. Gibt es das denn eigentlich noch? So in irgendwelchen Sporthallen und so? Da war ich sogar teilweise zu Besuch. Das war auch noch so zu Giga-Zeiten, wo sich dann irgendwie, äh, keine Ahnung was, äh, Hunderte oder Tausende in irgendwelchen angemieteten Hallen getroffen und gezockt haben. Also nicht nur privat. Habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht beobachtet, ob es diese Szene noch gibt. Könnt ihr mal Feedback geben, falls ihr bei sowas noch aktiv seid. Hey, Bardo, mal so aus Neugier. Hast du dir schon mal überlegt, darüber nachgedacht, die BMZs als Videopodcast aufzunehmen, also mit Facecam und so weiter? Wie fändest du die Idee, wenn wir mal annehmen, dass das jetzt keine große Mehrarbeit wäre? Wäre es aber, was sicher auch ein Grund ist, der dich abhält. Liebe Grüße. Sorry, dass ich nur noch so selten kommentiere. Ich habe in letzter Zeit zu viel zu tun, mir kann man vor allem kaum Fragen haben. Überhaupt kein Problem. Müsst ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr keine Fragen stellt. Ja, also ich habe immer wieder mal darüber nachgedacht. Also in meinem alten Arbeitszimmer, das war halt mehr eine Abstellkammer als Arbeitszimmer, wäre das jetzt nicht so optimal gewesen. Ich meine, ich habe da eine Zeitlange auch beim Streamen eine kleine Cam gehabt, da ist dann halt so eine weiße Wand im Hintergrund. Ja, man kann sie auch im Greenscreen bauen und so. Fand ich nicht so schick. Also hat mir persönlich nicht das Gefühl gegeben, dass es einen großen Mehrwert hätte. Ich finde es allgemein beim Streamen auch nicht unbedingt angenehm. Also beim Streamen. Bei Videoproduktionen ist wieder was anderes, weil, mein Gott, wenn ihr jeder auf jedes Nasebohren gucken kann oder sonst was, das macht mich dann eher paranoid als alles andere. Bei sowas, bei so Talk-Videos, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht. Wenn es nichts anderes gibt, was ich mache, also ich nicht nebenbei was zocke, ob ich nicht dadurch irgendwie auch ein Bild bekommen kann. Ähm, was, äh, ja, also brauchbar wäre. Und besonders nachgedacht habe ich darüber, als ich ein bisschen den Joe Rogan Podcast gesehen habe, der sich so ein kleines Studio gebaut hat. Ich weiß nicht, mit mehreren Kameras auch, ähm, so eine kleine Talk-Situation, allerdings mit Gästen. Er hat immer so einen Talk mit Gästen. Ich dachte mir, das sieht eigentlich auch ganz schick aus und so. Also, ich habe darüber nachgedacht, im Moment bin ich aber nicht an dem Punkt, wo ich sage, das so zu organisieren, dass es mir irgendwie gefällt, äh, und den entsprechenden Mehraufwand jeden Tag zu betreiben, ist es mir momentan wert, das zu tun. Und von daher im Moment nein, ähm, was nicht heißt, dass das für alle Ewigkeit so sein muss. Also, ist im Hinterkopf drin, ich glaube irgendwie, es wird wahrscheinlich nicht, also ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Ich bin auch irgendwie, ich muss mein Gesicht nicht in die Kamera halten. Das habe ich lang genug gemacht, früh genug gemacht und oft genug gemacht. Ähm, ich erkenne da für mich persönlich keinen so großen Mehrwert. Ich habe da nicht so den, 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 den Need. Ähm, und, ähm, das sehen andere, oder das ist bei anderen mit Sicherheit ganz, ganz anders. Für die gibt es nichts Wichtigeres, als selber immer vor der Kamera zu sein. Am geilsten finde ich diejenigen, die, egal von was sie ein Foto machen, nicht ein Foto machen, sondern ein Foto von sich selbst. Also, mit was auch immer sie fotografieren. Also, sie machen von allem Selfie. Wollen ein Bild vom Eiffelturm machen, drehen die Kamera, drehen sich, äh, stellen sich vor den Eiffelturm und machen dann ein Selfie von sich vor dem Eiffelturm. Oder haben ein Bild gemalt und machen dann ein Bild von sich selbst, wie sie das Bild in der Hand halten und so. Gibt's auch. Aber da zähle ich nicht zu. Ähm, ja. Ich will es nicht kategorisch für alle Ewigkeit ausschließen, momentan aber nicht, glaube ich. Da du wieder nach Fragen gefragt hast. Ich frage immer nach Fragen. Gebt mir immer eure Fragen. Reposte ich mal meine von vor einer Woche. Hast du einen Tipp für ein junges Team, das diese Woche in seiner ersten Saison in einer Heroes of the Storm Amateurliga startet? Mir geht es besonders darum, dass wir neun Spielerinnen sind, man für ein Match aber nur fünf braucht. Wir sind zu viele, weil manche nur selten Zeit haben. Wie kann ich als Käpt'n entscheiden, welche fünf in die Aufstellung kommen, wenn mal mehr als fünf Zeit haben? Oh Gottes Willen, ich beneide dich nicht. Ähm, wie kann ich meine Entscheidungen gut kommunizieren? Alle anderen acht sind nicht nur zufällige Online-Bekanntschaften, sondern inzwischen Freunde oder mehr von mir. Du bist zwar nicht in MOBAs involviert, aber vielleicht kann deine WoW-Erfahrung mit Gilden und Raid oder Dungeon-Gruppen helfen. Es kann natürlich auch passieren, dass Teammitglieder freiwillig verzichten oder das Ganze sich von selbst löst. Da würde ich aber nicht wollen, dass immer der oder dieselbe verzichtet und sich am Ende durch den eigenen freiwilligen Verzicht ausgeschlossen fühlt. Sollte ich diese Mitglieder dann einzeln fragen, sollte ich andere Mitglieder einzeln fragen, ob sie nicht verzichten wollen, damit der oder die immer freiwilliger auch mal dabei sein kann. Ich weiß, dass ich nicht pur nach Skill entscheiden werde. Wir sind eh nur Division 6 von 7 und sind glücklich. Also einmal aufgestiegen, nice. Ähm, wenn wir im Mittelfeld gut mitspielen können. Dazu sind alle gut genug. Hast du Tipps für das Management so eines Teams? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich kann sie weitergeben. Ich weiß es nicht. Ich würde mich dasselbe fragen wie du. Ich würde mich dasselbe fragen wie du. Also ja, wenn wir so ein Team aus Spaß und Freude haben und sind halt irgendwie, weitaus mehr als wir brauchen, fast doppelt so viele wie wir brauchen, dann, ähm, wonach entscheiden wir, wer spielen darf? Und ich würde es glaube ich genauso gehen wie du und würde sagen, vermutlich nicht nur nach Skill. Weil dafür sind wir ja nicht nur so die Super Pros. Und ich, ich finde, du hast die undankbarste Aufgabe von allen. Das Einzige, was du machen kannst, ist vielleicht herauszufinden, wie denn wessen Befindlichkeiten sind. Gibt es irgendwelche Leute, die, die sowieso irgendwie, die zum Beispiel lieber auf der Bank sitzen, äh, wenn sie schlechter sind, damit das Team nicht verliert, als dabei zu sein und der, der Grund zu sein, warum man verliert? Oder gibt es Leute, die, die allgemein irgendwie lieber, lieber dabei sind, weil sie Spaß haben, mit den, mit den, mit den Leuten zu quatschen, was zu unternehmen, als jetzt im Speziellen am Wettkampf teilzunehmen? Weil wenn es diese Art von Leuten gibt, die an sowas irgendwie mehr Spaß haben, dann tut es denen ja vermutlich weniger weh, mal eine Runde auszusetzen. Natürlich ist es auch immer schwierig zu sagen, wenn jemand verzichtet, macht er das denn gerne und macht er das freiwillig? Was ist, wenn ihr das Team voten lasst? Wenn ihr, wenn ihr die, die, die Leute, die Aufstellung voten lasst oder so? Funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, im Zweifelsfalle gebe ich die Frage weiter und sage, wenn jemand Erfahrung damit hat, ob es da eine gute Möglichkeit gibt, immer unter der Voraussetzung, es geht uns nicht darum, das optimale Team zusammenzustellen, sondern eine gesunde Rotation zu haben. Und ein DKP-System? Wer beim Training dabei ist, der kriegt einen Punkt und darf spielen. Macht ihr überhaupt sowas? Macht man sowas wie Training? Ja, ich bin mal gespannt. Es gibt bestimmt den einen oder anderen von euch, der in einer ähnlichen Situation ist und der so ein paar Tipps geben kann. Ich bin da nicht so gut geeignet und ich kann das absolut nachvollziehen, dass man sich damit schwer tut, weil man es irgendwie jedem recht machen möchte und das eben nicht so leicht funktioniert. Bei Gilden kann ich nur sagen, dass aus meiner Sicht ich dann im Moment froh wäre in der Situation, wenn ich keine Mythic-Rate-Gilde habe, dass zumindest Normal- und HC-Flex-Rates sind, sodass ich da keine Auswahl treffen muss. Aber ich kenne auch die Situation in Gilden, dass es halt unglaublich schwer fällt. Vor allen Dingen dann, wenn man irgendwas machen will, was man in der Gruppe, die man zurzeit zusammengestellt hat, nicht schaffen würde. Und die Leute, die der Grund dafür sind, aber nicht einen Move machen, von sich aus zu sagen, ja gut, dann macht es halt mal ohne mich und so weiter. Ja. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich danke euch für eure Fragen. Macht bitte weiter so. In diesem Sinne Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sagt euer Onkel Barlow.